Wir demonstrieren hier mit einer Banneraktion für eine Überarbeitung des Regionalplans. Der Regionalplan ist ein Plan, der wichtige Veränderungen in der Region Wodensee-Oberschwaben vorschreibt, wie zum Beispiel Flächenversiegelung, Abholzung von Wäldern, Bau von Straßen. Und wir haben ein riesiges Banner an das Gebäude vom Regionalverband gehängt, der den Regionalplan macht. Der Regionalverband möchte eine Flächenversiegelung von 2600 Hektar beschließen. Das entspricht 3600 Fußballfeldern. Wir fordern einen Stopp der Flächenversiegelung und das Entsiegeln bereits versiegelter Flächen. Und wir sehen unsilda Fr enfrent deliberately beim CDB am spend Himself für eine Flächenversiegelung. Sie sollen dann sehen uns nochmals ganzamaan. Wir 하고 es um nochmals gut cubeket. Und wir sollten Chneik-Zerne jetzt das Flächenversiegelung von 2300 Hektarnew線, aber wie zum Beispiel von 13 00 Hektar auch z core, zeigert sich das TCP und 395 Hektar. Vielen Dank.